so ich weiß gar nicht wie viel der erste ist ah mit käfer pokémon hallo willkommen in der pokémon liga ich bin herr baro von der top 4 schön dich kennenzulernen ich sollte noch erwähnen dass ich ein großer fan von käfer pokémon bin der nächste ist so schön und cool wie meine käfer pokémon sie sind perfekt und damit ich genauso perfekt werde wie sie stelle ich mich hier in der pokémon liga allen trainer die mich herausfordern dann wollen wir mal sehen ob du mir auf dem weg zur perfektion behilflich sein kannst und ich habe nicht gewechselt naja was soll es mhm mhm hudox dung dung ja das ist effektiv ja heil dich richtig so schön machst du was und tschüss seid auch immer noch im flug pokémon ne garabon ok ich frage mich ob das nicht das mit dem team auch schaffen schwer wird es auf jeden fall vor allem weil die noch stärker werden ich glaub ich hab noch nicht mal das flüßlevel erreicht naja wird schon gott erdbeben ist auch so ne tricks attacke ey und zimmert mir auch so viel schaden rein naja das solls naja soo aber wenigstens level meine pokémon und jetzt ein papinella das soll muss ich mal pokémon rein so tttttt tttt 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 ttt tttt 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 sechikinese ouch ein garer flammenwurf oder flammenrad eher gesagt von weisel anspannung okay bei anspannung kriegt man keine bären mehr runter ja dafür wirst du gelobt hast du gut gemacht so ich glaube ich musste dich zunageln auf jeden fall mit der gold wird noch erhöhen pion draghi klar sein letztes ich glaube das wird nicht komplett dann sage ich ja und tschüss panferno tut mir leid ach jo hm hm glaube ich habe auch immer ein pokémon zum abfall mitgenommen das zum heilen genießt wurde holy shit hat mir so eine Drecksattacke na ich mache mir trotzdem Sorgen ähm klar es greift auch noch als erstes an du mich auch hohoho ehrlich nicht mal schaden genommen noch ist es nicht vorbei der sieg in der pokémon liga ist noch nicht so leicht zu gattern keine ahnung was da auch immer stand nur voltwechsel als erstes einsatz nö und jetzt ist es besiegt nein nein ok hohoho hallo was ist das denn hohohoho hohoho hoi holy shit keine güte auch nicht schlecht ganz schön was ausgehalten ein kp hallo ich gebe meine ich gestehe meine niederlage ein aber ich denke ich konnte dir deutlich machen wie wundervoll keber pokémon sind naja es geht und ich konnte dir vermitteln wie beeindruckend die pokémon liga ist kämpfen ist eine tiefsinnige und komplexe Angelegenheit das ist dir jetzt bewusst ok wenn du meins gar über den wegkiss ich sehr gut sehr schön x-pad 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 ist ein gutes pokémon finde ich blick und stein gaubert hat sich zwar in x-pad entwickelt x-pad fliedermaus pokémon giftflug seine vier flügel ermöglichen es diesen nach aktiven pokémon schneller und leiser zu fliegen giftstreich ergut einmal so zieht mir ab sehr gut das ich mit den schönsten und stärksten käferpock individual meth liegt allein daran dass ich nicht perfekt genug bin das heißt für mich zurück ins trainings lager kriege ich trotzdem eine runde applaus Nein? Okay, das wäre auch zu viel des Guten. Geh rück in den nächsten Raum. Es warten noch drei weitere Träne auf dich, die allesamt stärker sind als ich. Ja, ich weiß. Das war echt schon mies gerade. So. Speichern. Speichern. Ah, der nächste Träne hat, weiß ich gar nicht. Das war ein Boden, ne? Ich glaube ja. Ähm... Speichern. So. So, so, wen haben wir denn da? Einen niedlichen Träne mit einer ordentlichen Portion Mum. Aha, ich heiße Theresa. Ach, ahaha. Ah, ich heiße Theresa und bevor zugeboten Pokémon. Zeig einer alten Dame, wie mir doch mal, was du alles gelernt hast. Moralord. Klar. Wasser-Boden-Pokémon. H2O-Absorber. Mh. Ja. Ja. H2O-Absorber. H2O-Absorber. Oh, du kannst mich mal. Du kannst mich mal, Morloth. Kreuzweise. Ui, 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 ist das gemein. Übrigens die Moon gegen Erdbeben. Oh, mach schön, Bedrohe. Das 2O-Absolver ist ja echt gemein. Aha. So. Ja, dass das nicht so einfach ist, war ja auch klar. Klar, jetzt setzt du Surfer ein. Es wird schwer. Ja. Klar, heiligt auch noch. Ja. Find ich super. Und tschüss. Ja. Auch gleich noch ein H2O-Absolver ist auch so mies, ey. Okay. So. Mal heilen. War wieder beliebt, mir ja gesagt. Okay. Überreste ist das, ne? Ja. Habe ich vornehmlich nicht gelesen gehabt. So. Mal so machen. Hm. Hm. Das erste Pokémon hat mir schon zu schaffen. Mann, ey. Erstmal die Ärger ein. So. Normalerweise hätte ich vorher noch trainieren müssen. Gott, das zieht aber auch so viel auf Erdbeben, ey. Hm, 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 hm. Ah. Klar. Nochmal, Erdbeben. Wie nervig ist das eigentlich? Immer wieder Erdbeben. Zeitenlärm. Tschüss. Verschwinde. Mann, ey. Nerviges Pokémon, ey. Hm. Geowat. Gemein ist, wenn Geowatts im Finale einsetzt. Und du mit unter mit abgerüstet gezogen wirst. So. Hm, 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 hm. Ja, fast. Klar, wirst du dafür belohend. Steinpolitur. Macht doch Verteidigung, ne? Oder was macht das? Ne, die Initiative. Oder so halt. Ja. Klar, hab Genesung. Ne? Klar, 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 klar. Sorry. Bin ein bisschen durch. Bin halt wirklich ein bisschen durch. Fast fünf Stunden. Um Pokémon durchzuspielen. Ja. Okay, was kommt jetzt? Mogelbaum. Okay. Aber Mogelbaum ist auch Bodenbock am Ronen. Kaskade. Zack. Ja, passt schon. Klar. Heil dich doch. Ah. Kopfstoß. Hohoho. Holy shit. Okay. Okay. Hm, es wird langsam brenzlig. Ich weiß. Aua. Ist es platt? Ehrlich? Ah, danke. Danke, Bonjellin. Ah. Warum? Ich lasse es. Na ja. Habe nochmal Kaskade. Und tschüss. Oi, oi, oi. So. Welt ist er. Ich versuch's einfach. Haben wir ja schon mal hingekriegt. Aber da war es wahrscheinlich auch nicht so stark. Okay, geht aber. Das ist noch nicht mal das letzte Pokémon. Na, Dampfweizer. Ja. Zack. Und tschüss. Scheiße. Hm. Ach ja. Machen wir mal so. Die Wässer sind stärker. Oh, ich will ja auch so machen. Erstmal wiederbeleben. Ja, ich strahle. Okay. Ich hab Genesung. Oh, tschüss. Ich hab's expert. Das ist eigentlich auch hart, zwei Uhr absurder. Wenn ja, ist das schlimm. Weil dann ist das echt mies. Ja, nö. Ja, nö. Ich war trotzdem meine Elfenwasserattacken nicht so sehr. Und dann wechsel ich's zum Flugpokémon. Und dann wechsel ich's zum Flugpokémon. eins wollte ich nochmal machen. Eins wollte ich nochmal machen. Nochmal kurz heilen. immer dampfweizen aha das finde ich immer gut ja klar verfehl doch nicht dein ernst warum zieht mir so fast eure Artikel so viel ab rein mit dir so warte mal dann kann ich euch doch noch nicht wechseln oder so ich strahle alles klar und tschüss das war gut expert ist halt noch tot hypotherus level 59 sandstern super was ist das männchen so ich war so auch erfahrung kriegen diese scheiß atbebebe ne und tot hast du es der Kampf dauert echt schon länger oh ja oh ja ja ich wüsste ja auch, dass das nicht einfach werden wird besonders wenn meine Pokémon eigentlich unterlevelt sind ja Aua fällt dir ein mich anzueisen klar zieht das nicht viel oh tschüss Mann ist das mies Whirlpool so und jetzt durch Sandstorm auch noch besiegt schon wieder ah mein Sturm ist so scheiße nervig Mann ich hasse diese Attacke und Whirlpool funktioniert auch nicht mehr ne klar Erholung aber jetzt schläft das erstmal mh alles klar so kann man es auch machen mh ich hasse es oioioioioi erst mal heilen diese scheiße Erdbebenattacke ey freut ich gar nicht so hör doch mal auf mit diesem scheiß Attbeben ständig meine Güte ey ja klar ich drehe ja gleich durch Mann das Problem ist ich habe nicht mehr so viel die viel haben Gott mir ist die nervig tschüss 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 mh dün 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 so Gott ist das nervig ey da wiederjadbeben mh ich bin aber nicht schneller ne doch nein hör auf Mann so mh so liebes king glaub nicht mal an Ansatz was du früher schon gewonnen hast Gott oh Gott oh Gott ist das nervig ich will doch nur dass sie wenigstens ein paar Erfahrungsmonite dazukriegen am Gelern pokomon meine Güte ey ich muss das jetzt behandeln Oh man ey, war das nervig Ich hab's geschafft Ja, dann krieg ich natürlich keine Erfahrungspunkte, wo sie besiegt sind Nun, Kindchen, ich muss schon sagen, das war sehr beeindruckend Deine Pokémon haben an dich geglaubt und ihr Bestes für den Sieg gegeben Obwohl ich verloren habe, muss ich doch irgendwie grinsen So, um alle sind ständig gestorben Du bist etwas besonderes, Kindchen Es gibt nichts Schöneres als zu sehen, wie Trainer und Pokémon zusammenarbeiten, um einen Sieg zu erringen Das ist schließlich, was wahre Stärke ausmacht Ich glaube, euch hält so schnell nix keiner auf Ja, außer es wird noch schwerer Ah, Belieber Zack 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 Das müssen wir alle wieder belieben Meine Güte ey So 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 Aber speichern Und weiter geht's. Hier war das Feuer-Pokémon. Oh, ist ja schon richtig platziert. Hey, Trainer. Ich konnte es kaum erwarten, dass du endlich hier auftauchst. Ich habe gehört, was du in Sonnevik mit Volkner gemacht hast. Du hast dein Feuer für Kämpfe wieder entfacht. Daher brenne ich auch drauf, dir endlich im Kampf begegnen zu können. Okay. Gegen Ignatz. Und Galoppa. So. Hypnose. Okay. Ist auch noch schneller als ich. Tschüss. Ne, doch nicht tschüss. Warum nicht? Was fällt dir ein, schneller zu sein als ich? Auch. Was fällt dir ein, Top Genesung einzusetzen? Das darf nur ich. Ich bin so doof, ey. Ich bin so doof, ey. So. Wasserdüse, deswegen sind es schneller. Ehrlich jetzt? Willst du mich verarschen? Auch noch Gift? Ja, ist schneller als ich dann. Tschüss. Das Problem ist, sie werden immer stärker jetzt. Ah. Stalus. Dann kann er so Feuer zahlen, ne? Oh, mal gucken. Okay. Ja, die Verteilung sinkt natürlich. Ui. Was war das denn für ein Angriff, ey? Nochmal Nahkampf. Und tschüss. So. Was auch nur, weil die Verteilung in Spezialverteilung gesunken ist, deswegen. So, die Eiger Level 53. Schlapp, oah. Ich wechsle aber mal. Ja. Ja. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Hm 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 hm. Klar Schlapper ist schneller als ich, warum auch nicht? So, Spezialverteidigung gestärkt, okay, ein Volltreffer. Okay. Mal heilen. Klar, du auch. Das wird doch mal ein Gedanke. Hm. Jo, ist manchmal so. So. Schwede Tom Kick. Hm. Paralisiert. Klar, er heilt sich jetzt dagegen, oder? Ach ne, Überreste. Immer mit ihren Überresten. Mann und Mann. Ja, du wärst belohnt, aber du wirst doch auch besiegen können, oder? Hm. Tja. Kann nicht angreifen, aber man hat sich auch wieder geheilt. Hm. So. Ist weg. Scharaptor Level 55. Drift Zeppeli. Okay. Da bleibe ich mal dabei. Ist ein Geistflug-Pokémon. Funken-Sprung. Verbrannt. Aua. Hm. Paralysiert wieder. Sehr gut. Und durch meine Willenskraft geheilt, oder durch seine Willenskraft. Sehr gut. Tschüss. Okay. Er ist schon ein bisschen einfacher gerade, ne? Aber sollte ich mal nicht zu laut sagen. Aber sie ja auch aus A2-Pokémon so genervt haben. Panferno ist Level 60, ey. Ähm. Panferno. Du bist dran. Da tausche ich dann nochmal aus. Ich kann deinen in Schlossneid füllen. Dein Wille ist überwältigend. Und hier wieder 61. Uiuiui. Es ist kein Auto in Schloss. Warum? Klar. Verfehl doch mal. Ach man ey. Ist das nervig. Rrrrrrrr. Rrrrrr. Rrrrrrrrrrrr. Rrrr. 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 So, Bedroher. Hm. Ich glaube, der Leber wäre auch schon was Feineres hier. Klar, Naka. Hm. So. Noch mal Top-Trunk. Ist es besiegt? Ja. War klar. War klar. War klar. Ah. Staraptor muss auch wieder leben, meine ich. Staraptor baut nämlich auch Tierfahrungspunkte. Ah, so. Hm, 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 hm. Weil immer wieder Nahkampf, ne? Das waren jetzt dreimal. Ah, jetzt kommt Tempo, alles klar. Ja, klar, du mich auch. Arsch, ey. Ausgerechnet dann. Hm. Hm. Ah, clever. Klar, Donnerstück. Stopp Genesung. So. X-Bot auf euch, jetzt einfach mal. Ist egal. Boah, die Top-4 geht echt ganz schön lange. Hm. Hm. Jetzt aber komm, ab in den Whirlpool mit dir. Okay. Diese Situation spitzig ist dran. Ich bin gespannt, wie ein Flitz zu bogen. Gott. Ah. Geschafft. Ich sag ja, ich sollte mich nicht zu früh freuen. Das ist jetzt immer am stärksten. So. Level 59 ist Luxor. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dich zwar nicht unterschätzt, aber ich bin auch nicht eine Sekunde davon ausgegangen, verlieren zu können. Das ist schon fantastisch. Du und deine Pokémon seid richtig inspirierend. Uff. Ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Alles klar. Viel hast du gerade auch nicht gequatscht dann dazu. So. Dann verschwende ich jetzt erstmal Hypertränke. Davon habe ich noch so ein paar. Toptränke und Topgenesung brauche ich gerade noch. So noch Topgenesung. So. Okay. Speichern. Es kommt der vierte. Ups. Wir lesen. Dann ist es ja auch這個. Also. Wir lesen. Möglich dificiles. Wie geht's. Wir wissen. Vielen Dank.